Da ist ein Lager, sehr schön, hohes Gras. Na ja, ein paar Mauern. Das ist eine Subposition, um hier aufs Ager zu schießen. Fällt mir gerade auf. Die hier auch. Vor allem die hier. Genau, das ist ja scheiße, weil da kann man eigentlich nur hier hoch. Fällt mir gerade so auf, oder? Kann man auch hier rum? Ne, da ist die Karte zu Ende. Das ist ätzend. Also wenn sich da jemand verschanzt, einen Borgenschützer oder Artillerie. Und dann noch irgendwie zwei Piken oder sowas. Oder reicht ja eine Pike. Man kann es nur so im V aufstellen, aber da reicht halt schon eine Pike oder Pfähle. Oh geil, wir haben sogar das hier. Nice. So, ich hab... Obblit. Hä? Moment. Obblit, bitte. Der Backkuss. Irgendjemand muss da einen Mutschtor vielleicht machen. Aber naja. Ich bin erstmal voll im Center. Das ist eine voll doofene Idee. Ich bin schon wieder... Ich werde wieder weg, Yolo. 100%ig. Esperjus. Wir haben nicht so wirklich viele Fernkämpfer, ne? Wir haben auch keine Artillerie. Scheiße. Da ist schon mal ein Feind. Tier 5. Da ist ein Sulla. Der hat kein Moral. Der hat sich wohl ausgepeitscht. Ja, und sie haben Artillerie. Das war ja klar. Nein, ich holu mich hier nicht weg. Laufen. Laufen. Und was kriege. Und was kriege. Späne. Hütten. 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 Angriff. Dichter zusammen. Auf sie. Gerogen wartet. Aua Der Scheiß tat ja weh Das wird ein interessanter Federiersturm, aber egal Ah, lebt mich Ja, der macht halt so ein bisschen friendly fire Ja, ja, oder geht halt nicht weg Na, vielleicht hältst du noch 8 Sekunden durch, bitte, bitte, bitte Nein, schade Ja, ich bin schon wieder zweit und wurde weggeholed mit 3600 Punkten Also ich habe hier wieder effektiv Einen, zwei, drei Die noch so ein bisschen Und dann noch der eine Ich glaube Kaff oder so Bisschen Artilleristen noch Also ich habe irgendwie so gefühlt Die Hälfte von deren Truppen gebunden Jetzt bitte Hier hast du freie Bahn Schaut den all weg Gut Ja, der hat dasselbe Sag mal, wo sind denn unsere Leute alle? Jetzt mal ohne Scheiß Das kann ja nicht angehen Ich meine Wo sind Wo sind wir? Geploppt in der Base Du Sack Ha Ernsthaft Ey Ja, der sollte man sich auch nicht so geblockt aufstellen Ja, der ist weg Wenn der jetzt nicht da weg geht Hier so durch Oder bleibt halt einfach stehen Und lässt sich wegfegen Auch eine Möglichkeit Und da sind noch mehr von denen Und Ja, jetzt Die sind hier scheißegal Hilft dem Typen Da jubelos Ich gehe jetzt hier die Kavallerie weg Klasse Zum Glück Käppen die Du musst jetzt Irgendwie charge Du musst auch charge Und du musst jetzt kämpfen Wenn die jetzt da stehen bleibt Dann wird auch direkt die gecappt Gut So wird es ja noch was Nicht raus Oh, nee Jetzt Ich glaube, dass er sich raus Jetzt geht er ganz raus Das ist jetzt nicht dein Ernst Du kannst dir doch chargen Warum gehst du Spacken raus Ey Alter Oh, ohne Scheiß Das hätte die jetzt locker Wollen Jetzt kommt Bitte sagen Einer von uns Nein Es ist keiner von uns Glaube ich Ja doch Ist einer von uns Jetzt charge den doch weg Ey Was ist denn falsch Ihr seid drei Leute Gegen die Zerpflückten Hier Jetzt kommt Warte Bismarck Ist der Der ist ein Feind Achtung Ja, das war's Mit dem Cap Und der Match Oh Mann Warum Ich weiß gar nicht Also wir haben ja auf jeden Fall Total viel verloren Es kann sein, dass es durch die hier kommt Wäre aber ein bisschen ungewöhnlich Weil der Gewinner die Falkse Also naja, was soll's Apropos Falkse Greif jemand an Aber ganz ehrlich Der Scheiß Der ist so ein bisschen raus Ich glaube das hat tatsächlich einen Ausschlag gegeben Jetzt geht der Falkstyp weg Du hast mich doch verarscht Du musst damit Ja Jetzt greifen die sich auch alle an Und charge dich Hm Da kommt noch ein Kavalarist von uns Sehr schön Der Kavalarist muss jetzt auch so ein bisschen hier rein Da musst du aufpassen Am besten drum rumlaufen Und jetzt aufpassen Dass er sich nicht chargt Ja, das lief jetzt nicht so ganz Jetzt musst du den hier wegmähen Erstmal Ah, Mann Gott, ey Ich werde immer noch Dritter So Könnte irgendjemand hier mal mithelfen Danke Der kann es jetzt auch nutzen Das ist ehrlich Die sind weg Hm Mann Ich gebe es auf Hier Charge den doch Oh Sie Ja gut Hier kommen viele Aber trotzdem So wird das jetzt auch nichts Vor allem nicht Wenn die da Das war jetzt Ohne Scheiß Das war jetzt nicht schlau Das ist immer noch ausgegangen Ey Dude Ja und Leute Oh mein Gott Ohne Scheiß Das ist auch mal Der ist da Der ist da Und der ist auch nochmal Also drei Spieler sind da hinten Und machen gar nichts Hervorragend Ja Also Das sind auch die Die halt fast null Punkte haben So was regt halt einfach nur auf Ich meine jetzt macht es auch richtig Aber er muss halt auf die hier aufpassen Der ist jetzt auch weg Der wird jetzt einfach nur weggecharged Kann noch ein Gegencharge machen Das ist eine Kriegsbonne Das ist eine schlaue Idee Und jetzt dreh dich um Gut Kriegt er vielleicht noch die weg Ey Also wenn wir Glück haben Gewinnen wir das noch Aus irgendwelchen Gründen Aber ich bezweifle es Ne Nicht da reinfeuern Oh Junge Du holst doch gerade Unsere eigene Scheiß Kaff weg Bist du Nein Ach Zu Glück ey Das ist komplett weggegangen Weil Das ist gerade nochmal so gut gegangen War noch Glück gehabt Jetzt mal ganz ehrlich Was ist Also jetzt könnten wir es schaffen Aber ich habe so Das dumpfe Gefühl Dass die gleich in unserem Lager auftauchen Und uns wegkennen Ich muss jetzt erstmal die Kavallerie wegmachen Sehr schön Und Ja am besten hier hin Was tut der da Das ist eine Kavallerie Jetzt schießt er auf den drauf Jetzt schießt er auf den drauf Und auf den hier Ja Ne Der steht auch noch geploppt Das war es mit dem hier Jetzt schießt er auch noch Ja gut Drauf schießen kann er jetzt tatsächlich so noch Aber bitte hier hin Jetzt wollte er halt seinen eigenen Scheiß Ich glaube ich werde nicht mehr Es gibt ja sowas Das nennt sich konzentriertes Feuer Alter konzentriert doch sein Du hast jetzt Ganz ehrlich Wir verlieren noch das Scheiß Match Jetzt Ja du Tu was Du kannst doch da einfach angreifen Und cappen Oh Tut mir Alter kriege ich echt einen Hals Wir verlieren jetzt dieses Scheiß Match Wir haben hier Sie waren ja 100 Punkte mehr Jetzt holst du auf die Scheiß Tessudo drauf Boah ich glaube ich kriege ein Kolder Ey das ist Oh Schmerzen Weißt du zuerst muss dieser Scheiß Kavalerie Spieler mit so einem Tickelchen seiner Ecke rausgehen Das hat anscheinend enorm gezählt Da kann natürlich hier der Kampf Doof gelaufen Also steht die ganze Zeit Die drei hier hinten machen gar nichts Wenn die da vorne abgeschlachtet werden Und sind jetzt auch noch wirklich zu blöd Ne relativ deutlich unterlegene Streitmacht zu eliminieren Einfach nur weil Der eine geploppt steht Und sich von der Scheiß Kavalerie wegchargen lässt Und der andere nichts A dagegen unternimmt Dass er die vielleicht vorher ein bisschen dezimiert Die Scheiß Kavalerie Und dann wenn die Kavalerie gechargt hat Und alles so schön geploppt ist Feuer dann natürlich voll rein Ohne wenigstens konserviertes Feuer zu nutzen Sodass er die Stelle erwischt Wo vor allem gegnerische Kaff ist Es läuft da ganz weg Weil Ja Weil er es halt kann ja Weil er jetzt hier die Kavalerie verfolgen will oder was Ja wenigstens eine Drei schlock genug Ja aber ganz ehrlich Das war es jetzt so ein bisschen Jetzt greift die Scheiß Kavalerie an Er hat einen Anschluss noch ganz gut abgewertert Aber jetzt bitte steh doch nicht geblahobt Willingssitzende ist konserviertes Feuer Das hilft ihm jetzt auch nicht weiter Was macht der? Der schlägt sich ganz gut Ah ganz ehrlich wir verlieren das Ich bin immer noch Dritter Und ich bin in den ersten drei Minuten Drei bis fünf Minuten schon wieder weggeflogen Sag mal das kann doch jetzt nicht sein Jetzt mal ohne Scheiß Es regt mich unfassbar auf Ich meine das ist echt oft so Aber tut mir leid Da sind auch Aktionen Die verstehe ich null Da muss ich mich echt aufregen Aber ich meine wir hatten 300 zu 200 Kräfteverhältnis Wir waren im Scheiß Lager Hatten das fast gecappt Und da hinten stehen noch drei Wenn die Scheiß Pasta hat einfach mitgekommen Die haben wir die ganze Zeit so gut wie nix gemacht gehabt Ganz am Anfang Und dann sind sie halt da geblieben Ja jetzt verlieren wir den Scheiß Alter Ey ich fass es nicht Und es ist genauso grün Ich meine ich hatte mal eine hundertprozentige Sie-Serie Und jetzt wirklich in den letzten Vier Tagen Ist es sowas von runtergerauscht Auf 62% Aber nur wir hatten es Dass wir enorm überlegen waren Hatten eine Schlachtlinie Und irgendein Vollpfosten Hat dann zum Beispiel Irgendein Germanicus Erstmal durchmarschieren Und cappen lassen Und sowas passiert dann einfach relativ oft Oder auch so Aktionen wie jetzt Und ich meine ich frage mich ganz ehrlich Warum? Dann hatten wir einen eigentlich Scheiß idiotischen Elefantenspieler Der sich in die Piken rein jolot Dann war ich ja auch schon mal Bei Militialis Ich glaube sogar auf dieser Map hier unterwegs Mit dem Hastati hatte ich noch Von dem Der die Verbindung getrennt hat Bin ich hier hoch marschiert Hab da Kavallerie ein bisschen gebunden Und alles Und da waren ja auch wieder 4-5 Spiele im Endeffekt Auf der Flanke Da war noch ein Bogenschütze dabei Von mir Jedenfalls bin ich dann so In ihrem Lager Da hatten sie halt einmal Piken aufgestellt So was man halt nicht rein kann Da war halt noch eine Befestigte Artilleriestellung Die wollte ich dann halt angreifen Wollte aber mit meinen Hastati Erstmal noch die Pila Auf die Piken werfen Sodass sie dezimiert sind Dann schaffe ich das auch Bei einer Die halt am nächsten dran war So Und dann habe ich eigentlich Ein Bewegungsbefehl gesetzt So und jetzt komm mit Mit meinen normalen Hopliten Hopliten Und Dann schaue ich kurz nachher Noch mal so hin Moment wo bleiben eigentlich Meine Hastati Und dann sehe ich Dass irgendein Spastard Zwei der Hastati Genommen hat Über eine habe ich Zum Glück So gesetzt anscheinend Zu dem Zeitpunkt Dass sie immer noch Den normalen Bewegungsbefehl hatte Den ich vorhatte Und auch den Pila geworfen hatte Aber die anderen beiden Hastati Wurden voll in die Piken Phalax Reingeholt Nicht mal mit einem Kavalerieansturm Äh Kavalerieinfanterieansturm So und einfach nur so Einfach nur vollkommen rein War natürlich weg Wie nix Ja Das ist nix ein Problem Oder wurde ich halt Weil ich halt enorm dezimiert wurde Umzingelt Niedergeschossen Und dann war es das halt Weißt du aber einfach nur Weil irgendein Spacken Ich mein Ich mein das wäre sonst Nicht so schlimm gewesen Hätte die Pila geworfen Wäre dann wieder zurück Hätte die Testudo angemacht Wäre Um meine Hopliten herumgegangen Mit Testudo So der Der Tastatudo Testudo So dass die Bogenschützen Wie gesagt Nicht mehr so einfach Schaden unterrichten können Höchstens die Artillerie Was auch schon scheiße gewesen wäre Aber naja Weißt du stattdessen Nein Das ist so nervig Ich mein Bin ich jetzt bitte vierter Sonst bin ich echt sauer Nein ich bin nur noch dritter Lick mich Ich mein aber hier Das waren Der hier Der hier Und ich glaub Gut der hat sich noch geschlagen Weil er am Schluss noch ein bisschen mitkam Der hat sich dann ganz gut geschlagen Aber halt der hier Manchen Leute Ich weiß auch nicht Oh 6000 Offensivpunkte Der Missmarkt Respekt Aber ganz ehrlich Einfach nur Ich raff's nicht Ich raff's halt auch nicht Wenn die Kavalerie Wenn man deutlich In der Übermacht ist Es schaffen kann Dass man dann einfach Irgendein Spiel einfach mal Durchjolo lässt Weil man's halt grad kann Oder so Ich weiß es nicht Wir müssen jetzt zuschlagen Ich mein Weißt du wenn schon Kavalerie von dir In der Nähe des eigenen Lagers Ungefähr rumdümpelt Weil sie da grad Irgendjemanden gejagt hat Oder einfach nur so rumdümpelt Weißt du aber ich mein Wenn man schon sieht Dass der Teil des Teams Der grad wirklich offensiv Angreift Schon a im Lager ist Und b So viel Also gerissen hat Dass man 100 zu Eine Überzahl Sag ich jetzt mal Ist oder Übermacht Von den Punkten her Vom Kräfteverhältnis Dann kann man Wenn man zu dritt Oder viert Im eigenen scheiß Lager Camp Kann man auch wirklich Mit vor Ich mein ja Es kann nicht immer sein Dass einer von denen Jetzt noch irgendwie Schafft sich durchzuschleichen Aber dann kannst du auch Einen da lassen Oder sowas Oder irgendwie Eine Einheit Oder mit den anderen Zwei vor Oder wenn halt Kavalerie da ist Dann soll halt die Kavalerie zurück Oder irgendwie Ein bisschen zurückbleiben Was weiß ich Aber dass dann einfach Vier Spiele Einfach nur Kategorisch da bleiben Und dann irgendwann Wenn schon Wirklich absehbar ist Dass die da vorne Jetzt schon am Verlieren sind Weil sie einfach In einer scheiß Unterzahl sind Und festgesetzt wurden Dass man erst danach Wenn der vordere Teil Des Teams schon Am ausgelöscht werden ist Dass man erst Dann reinkommt Und überhaupt losläuft Ist auch Bescheuert Hochzehen Weil Punkt 1 Man ist dann Andersrum Ist halt Das Kräfteverhältnis Gedreht Dann ist man selber In der Unterzahl Weil halt der Rest Vom Team weg ist Und die anderen Haben es vielleicht Auch Schaden gekriegt Aber es sind halt Immer noch alle Mann So und Du gehst aus So ein scheiß Lagerhaus Du verlässt Eine geschützte Position Und alles Also ich Ja Also Es ist einfach nur Blöd hoch 10.000 Es wundert mich Immer wieder Muss ich mich jetzt Echt aufregen Tut mir leid Das ist aber gut Für die Psyche Psychische Reinigung Ist echt so Ne aber Oh Mann Ich meine Ich stelle mich ja auch Schon mal dämlich an So ist es jetzt einmal nicht Aber es ist halt mal Und nicht das ganze Match über Weißt du Was mich halt vor allem Worauf weckt Wenn ich wirklich nur Drittel bis Viertel Von dem Match Überhaupt aktiv bin Bis ich weggeweht werde Und dann trotzdem Drittbester vom Scheiß Team bin Dann kann da Irgendwo was nicht stimmen Jetzt mal ganz ehrlich Gut Fairerweise muss man auch sagen Ich habe ja auch ein paar Mal mit Knade gespielt Und Bogenschützen Da hatte ich sogar noch Die Auszeichnung Am meisten Schaden verursacht Nicht die meisten Soldaten getötet Wo man sagen kann Ja okay Warum sind die jetzt da Die sollen da weg Dude Oder auch nicht Gut Da bin ich halt hier hinten Dann darf ich den hier Mann Wie Aber ganz ehrlich Wie gesagt Da hatte ich ja nicht mal Die Auszeichnung Von wegen Soldaten getötet Wo man nur auch sagen kann Hm Jemand anders hat den ganzen Schaden gemacht Und du hast dann am Schluss Die alle weggekillt So funktioniert das Spiel Ja Sondern tatsächlich Am meisten Schaden Und hatte halt trotzdem 1200 Offensivpunkte Während halt jemand anders Die Kloppen am Minus Oder sowas 3000 hatte Aber halt garantiert Nicht so Schaden verursacht hat Ich meine Wundert mich auch Wundert mich auch Dass hier irgendwie Die Bogenschützen im Center sind Weil das ist so blöd Wie sonst irgendwas Aber egal Nee Aber wie gesagt Das ist so Bescheuert Also das System Finde ich dann auch bescheuert Weil ganz ehrlich Ich mache den meisten Schaden Und kriege halt Ich war am Ende Drittletzter Und ich hatte Minus 33 Punkte Durch Friendly Fire Also Minus 33 Also das ist jetzt Nicht gerade so viel Weißt du aber halt Naja Das ist halt Ein beschissenes System So Fokus mal Die hier bitte Und da hinten Also jetzt ist es wirklich gut Für Kavallerie Wir haben viel Kavallerie Leute Der erste Treffer geht an uns Weil wir erkennen sie Gegen Thebyshop Alter Leute Da ist Kav Wohin geht der Typ Oh Hier ist auch nochmal Kav Alter du Arschgeige Lass das Ich gehe jetzt mit einer Einheit hier Du drück doch vor Auf was wartest du bitte Eine Sondereinladung Oder so Ich weiß ja Will die hier erledigen Dann Aber die sollen bitte Auf die hier Dann feuern wir Auf die hier Was macht der jetzt hier Und man Gehen die scheiße Der ist Also scheiße Das zähl ich am Leben Ich helfe mal Unser Kavallisten hier Der scheiß Bastard Will ins Lager Schütz eure Kameraden Dichter zusammen Späne Tot Späne Nel Späne Töten Bereit Wo ist denn der Typ? Oh, hier Dudes Junge, du musst jetzt da hin Na, da kommt doch Kavalerie Kavalerie, du Arsch Junge, schieß nach hinten Nein, nicht da rein Ja, du Vollhorst Schieß ruhig in meinen Blob rein Ganz ehrlich, während ich hier da vorne verteidige Und zwar auch noch dicht, du Arschloch Jetzt mal ohne Scheißwitz Ja, Jolo dich da ruhig weg Gegen die Scheiß-Kavalerie, wenn ich dich da warne Ja, schieß nochmal in den Scheißblock Da ist Kavalerie neben dir, du Pfosten Hier, schieß da hin Muss ich schon wieder alles allein machen, oder was? Ich bin jetzt mal ohne Scheiß Wie geht's jetzt nicht? Mann Einmal dumm ist ja in Ordnung Aber bitte nicht die ganze Zeit Danke Warte, ich hab' ne Idee Ja, genau Gut, dass ich da nicht hingegangen bin Sonst hätt's mich jetzt schon wieder weggeholzt Wo ist die Scheiß-Kavalerie eigentlich? Ja, da kann er jetzt reinschießen Das ist manchmal so schlecht Nein, nicht da Oh, Mann Oh, ganz ruhig Ich mein' Der sieht doch, dass da kein Schwein mehr von denen gar ist Bis auf einen Und was macht er? Schießt erstmal meine Einheiten weg, ey Vielen Dank auch, du Arschgesicht Family-Friendly-Content Nee Scheiß auf den Braucht keiner Ich geh jetzt hier kämpfen Fickt euch Ja, okay Vielleicht krieg ich jetzt auch die Mordena Plötzlich krieg ich dick Ja, schieß da auch ruhig drauf Ja, machst du fein Super Ey, ich versteh die Leute nicht Ich mein', es ist ja nicht so, dass da eine Chance besteht Den Gegner zu treffen Da besteht eine Chance, die eigenen Leute zu treffen Und den Gegner trifft man so irgendwie gar nicht Was tust du da? Schon mal was von konzentriertem Feuer gehört Du Bastard Mit dem könntest du hier noch den Radius so legen Dass er vielleicht die hintere 3 erwischt Aber nein Muss natürlich voll bescheuert sein, mal wieder Wo ist eigentlich der Kavadrieg-Spiel? Achso, der ist da hinten Ja, okay Scheiß egal Tut mir leid, wenn ich mich da so aufrege Aber jetzt Und ganz schön schimpfe und fluche Aber ich mein', wie blöd Muss man manchmal eigentlich sein Jetzt mal ganz ehrlich Weil es geht mir nicht ins Hirn Wie man derartig bescheuert sein kann Das lässt sich auch nicht erklären Von wegen, man kann die Game-Mechanlage nicht verstehen Weil hier sind Knöpfe Mit komischen Zeichen Kann man auch drüber gehen Und sich schauen, was die machen Zum Beispiel Feuer konzentrieren In bestimmten Radius Schützt eure Kameraden Oh, endlich mal ein Sieg, ey Boah, ich will jetzt mal ganz ehrlich Ich bin schon wieder da irgendwie an den Rand verbannt Vielen Dank auch Oh, hey Echt relativ viele freie EP Kann man nix sagen Zweiter Ich bin Zweiter Und bin an den Rand verbannt Was ist mit euch falsch, Schwede? Da habe ich eine Auslöschung Und höchste Punktzahl für Einnahme Warum hat der die höchste Punktzahl für Einnahme Halt? Der Künanenspieler Der kam nach mir in den Cap Und ich bin ein Hopliten-Phalanx Und der ist Bogenschütze Willst du mich verarschen? Egal Gute Wahrscheinlich hat er einfach nur mehr Leute gehabt Meine waren ja schon bereits erschlagen So, weißt du, was wir schauen uns Einfach mal jetzt das Replay an So Hier, guck mal Verloren, 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 verloren Gewonnen, verloren, verloren, gewonnen Verloren, verloren, gewonnen, gewonnen Gewonnen, 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 gewonnen Es ist so ein Scheiß Weißt du, was ich Guck mal Verloren, gewonnen, gewonnen, gewonnen Verloren Woah, gewonnen Nicht Oh nein Oh nein Das regt mich auf Ich bin einfach nur voll am upragen Gerade Ich meine, tut mir leid, jetzt aber ganz ehrlich Braucht es echt mit der Bescheuertheit Auch nicht komplett zu übertreiben Also, wir schauen uns das mal hier an Sie haben überraschend Viel Kavalerie, nämlich zweimal Und einmal Artie Okay, was haben wir? Wir haben Kavalerie Auch zweimal, aber dreimal Wir haben sogar dreimal Kavalerie Kavalerieüberlegenheit Naja, Fernkampfüberlegenheit eher weniger Artillerie und sonstiges ausgeglichen Sie ist zum Beispiel schon mal Oblitten, da macht das gut Der geht weg, so, der greift den an Ist auch okay, muss er bloß aufpassen Nicht, dass der dann hier bleibt und der im Wald kämpft Dann hat er nämlich einen ziemlichen Nachteil Hier geht er hier außen um Der bleibt da und wird jetzt ein bisschen beschossen Okay, so Und hier sehen wir schon, der macht irgendwie idiotische Dinge Weil der könnte hier einfach durchlatschen und die wegfegen Und ich könnte nichts dagegen tun Ich frage mich, warum er das da überhaupt tut Hier genauso Da fängt er den ab, das war gut Ich weiß nicht, was der Typ hier macht Der war auch bescheuert, hoch 10 Jetzt geht er wieder weg, guck mal So, und hier habe ich mich hingestellt und habe die verteidigt So, und der wird einfach nur zusammengeschossen aus Gründen So, und da will er einfach nur durchpusten Ich glaube, der wollte sowieso einfach nur durch Den Watchtower holen und dann ins Lager Da macht das auch gut, auch wenn er geblockt steht Was wieder ein bisschen blödes Ja, und die schießen halt natürlich voll rein Das ist ein bisschen blöd Wenigstens schießt der ganz gut Muss man eben echt lassen Da ist es natürlich wieder blöd Da stehe ich, ich stehe hier und versuche hier aufzuhalten Ich weiß schon, wie viele Zahlen hier einfach nur hochgehen von mir Wie ich die alle wegschnetzel Da haben wir die Flanke irgendwie gewonnen Die Artillerie ist jetzt hier, das ist auch blöd Hoch 10, aber naja Ich halte hier immer noch durch Ah, der ist jetzt AFK, interessant Ja, und hier, das war halt so die dümmste Aktion aller Zeiten Weil der wird jetzt von den Bogenschützen hier weg Der hat es echt gut gemacht, der Cavalier-Spieler So, und hier, ja ganz ehrlich, was will ich jetzt machen? Und jetzt haut er wieder ab Oh, Mann, nee Der hat es auch gut gemacht Ich habe keine Ahnung, warum der da oben war Das ist doof, dass die Cavalier hier so gebloppt steht Und alles, weil die Bogenschützen schießen da natürlich so total rein Wie viel Friendly Fire haben die eigentlich gemacht? Warte Der hier, kann ich es mir anschauen? Nee, kann ich gerade nicht, schade Ah, ich sehe schon, wie der macht schon wieder Friendly Fire Aber guck dir jetzt mal an Friendly Fire, noch mehr Friendly Fire Immer noch mehr Friendly Fire, der jetzt auch Einfach nur Friendly Fire hoch 10.000 Muss ich es mal geben, wie viel Also warum, der geht wenigstens jetzt in Nahkampf Vielen Dank, der war schlau gut gemacht Der Rest halt nicht Ja, der hat natürlich 2 voll und ich halt 2 leer Ja, okay, deswegen, aber ich war auch schneller drin Also von daher verstehe ich es nicht so ganz Hat ja wahrscheinlich einfach nur mehr Männer Das hat wahrscheinlich einen Ausschlag gegeben 100 von 100 Ja, Vernichtung Ja, ja Hä, Vernichtung? Das war Lagerhengung Egal Hä Ja, jetzt mal ohne Witz Hätte ich, wir können es ja nochmal ansehen Oh, guck mal Top-Party Ich glaube, keine Freunde Schauen wir uns das einfach nochmal an Und diesmal Liegen wir mal besonderen Wert Auf die Taktik Weil, wenn ich nämlich da nicht gehalten hätte An der Stelle Dann wäre einfach die Kavalerie voll durchgebrettert Die feindliche Infanterie hätte uns voll aufgerollt Also da hätten wir Ordentlich was Einstecken müssen Aber zum Glück war ich ja da Hätte auch jeder andere Ruhr Blitz getan Oder am besten noch Pieken Das wäre besser gewesen Oder wenn die Vollpfossen halt besser geschossen hätten Naja Ich will mir nochmal die Flanke hier anschauen Was hier so abgeht So, welcher war jetzt eigentlich der Vollbescheuerte Ich glaube, es war der Subby-Tag Der war, glaube ich, der Vollbescheuerte Bin mir nicht so genau Der Ant war der Schlaue Der war so der Halbbescheuerte Ne, ich glaube, der Milanka war noch bescheuerte Schauen wir uns das mal an So Hier Haben die schon mal zum Glück abgefangen Der muss jetzt hier rein stürmen Ich glaube, das tut er jetzt auch Hat aber wahrscheinlich keinen Charge mehr So, und hier kommt die einfach durch Nachdem kann ich jetzt so gut wie nichts machen Ich verteidige die halt so ein bisschen Genau Da macht das gut Der muss jetzt auf den hier schießen Tut er halt nicht Das verstehe ich halt auch null Jetzt schieß er auf den Ja, und der Subby-Tag Wieder spackend, der ist Schau uns mal an Wieder, wie die schönen gelben Zahlen aufglocken Hier auch nochmal Komplett unnötigerweise Der macht null Schaden am Gegner fast Aber schau dir mal an Wie viel Schaden die Feierler macht Der müsste jetzt eigentlich Werden auf die schießen Aber tut er nicht Er bleibt konstant bei denen Und schnetzelt unsere eigenen Leute Aber guck mal Schnetzelt konstant unsere Leute Wer schnetzelt die hier angreift Oder die Oder die Oder die Oder die Der hat noch Infanterie Ah, ja, egal Grenzfüße So, der ist schlau genug Greif jetzt mal die hier an Danke Der macht auch ordentlich Schaden Und der schießt jetzt natürlich Voll wieder hier rein Schau es dir wieder an Wumm, 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 wumm Ich meine, hier ist abzuschieben Dass ich das tatsächlich noch gewinnen werde Der könnte auf die hier schießen Ja, stattdessen schießt er eiskalt Auf unsere Kavalerie Und auf mich Wirken, man sieht es hier schon Bogenschützen, Bogenschützen Durch den hier Weil der jetzt frei ist Bedrängt Schwertkämpfer Infanterie Und die Kavalerie Hier noch Und halt der hier Nein, du kriegst ja auch die Meldung Dass du auf die Verbündeten schießt Aber das juckt den nicht Der könnte, weißt du Der könnte auch auf den hier schießen Der ist direkt da Da ist wurscht Weil hier ist kaum jemand übrig von dem Könnte einer mit konzentriertem Feuer reinholzen Oder hier Schon hätte ich den hier jetzt auch nicht verteidigt Ja, stattdessen schießt er auf den hier Statt auf den Das hat mich schon wieder getroffen aus Wir sehen, dann kann man auch nichts machen Jetzt könnt ihr wieder auf den schießen Tut er jetzt auch Danke So und da Weiß ich nicht, ob das so passiert ist Und jetzt schießt er auf die Genau, daran kann ich mich noch erinnern Aber das war in Ordnung Da war ich noch schlau Und durch das ich rechtzeitig zurückgegangen bin Ach hier, da schießt er voll auf die hier Er sollte eher auf die hier in der Mitte schießen Aber Wenigstens mit konzentriertem Feuer Oder in Nahkampf Aber schaut euch mal an Was für friendly fire der anrichtet Ich meine, das merkt man doch Auch hier ist doch komplett unnötig Die sind doch komplett weg Schaut euch mal an Wie der die hier weggefetzt hat Die beiden Spiele Und auch die Kavalerie Die war ja Es ist unglaublich Es wird immer noch schade Dass man nicht zurückspulen kann Genau auch da Der A4 Naja Sind wir auch immer hier Ich meine, da macht er auch schon Friendly fire on Mars Aber er hört halt wenigstens auf Das ist ein Vorteil Er hört auf und geht in Nahkampf Denn der Savitek halt so Gar nicht Genauso wie der Milonka auch nicht Wie gesagt, schau dir das einfach mal an Hier Putz Guck mal Schöne gelbe Zahl Und hier nochmal Da kommt bestimmt noch eine Salve rein Ne Okay So, warum der es nicht geschafft hat Zu campen würde mich auch mal interessieren Was ist ein Plünderer gegen Briganten? Nachdem ich noch Tier 3 gegen 4 Also irgendwie Naja Kann man ja nicht hier rausgehen Schlag verlassen Ja Das habe ich nicht richtig analysiert Nochmal Komm, wir schauen uns nochmal hier an Hier, Marathon Ansehen Ach, Mann Ich habe übrigens nicht ganz verstanden Wie die linke Flanke auf einmal da frei war So, aus Erstmal Jetzt kann ich erstmal nochmal vorspulen Ich bin auf der Flanke Genau, die Kavalerie hat auch nur scheiße gemacht Bei denen Da waren halt die zwei hier Wie gesagt, hier kommt nochmal Infanterie Hier kommt noch der Wenn der Bescheid gewesen wäre Der ist auch relativ schlau gemacht Der hat hier die Kante genommen So, der steht da geplopft Wieder letzte Deppe Aber ich glaube, er hat Schilder eben Hallo auch Das ist Leoni das Das war dann wieder schlau Genau, da ballern die im Unterflug weg Wie gesagt, hier siehst du schon Hier ist die Kavalerie von denen am Start Mit Speerkämpfern auch noch im Verbund Das heißt, unsere hat sucht Die keine Chance Bloß sie noch Bogen schützen Der hier hätte auch ruhig angreifen können Wo sind wir jetzt eigentlich die Die Arterie Dass die da hingegangen ist War auch ein Kunstfehler Weil der kann jetzt Sobald er einen Charge hat Oder auch der Einfach mal reinholzen Und das war's Da ist der Leonidas Der kann ihn auch erstmal wegholzen Aber wie gesagt Jetzt kommen erstmal die hier Plus noch die verdammte Speerinförderie Plus noch die Schwertinförderie Plus noch den Kableristenspieler hier Und die binde ich hier Mit den zwei Einheiten Und versuche die ganze Zeit Den Typen da hinten zu verteidigen Und die habe ich erstmal gespottet Die stehen am ganz schön lang herum Hätte ich auch mal schneller weggeben können Fällt mir gerade so auf Naja, ich wollte ja den dann auch erwischen Also siehst einfach Was für freaky fire da ankommt Das ist so unnormal Ich meine sie können halt hier reinfeuern Oder sowas Also stoppen wir mal kurz Wäre ich hier weg gewesen Guck, also jetzt ist schon mal Der andere ziemlich kaputt Dafür habe ich halt die Kavallerie Fast vollständig aufgeregt Und die beiden hier auch War das denn der Bulava Warte mal Ah, der hat alle verloren Wie Punkte hat denn der eigentlich gehabt Bulava, ja, der war auch Der drückt hinter mir So, also wir hatten hier Auf jeden Fall schon mal Eine schöne Übermacht Das Center Hat sich irgendwie Fertönisiert Das Center Die Flanke hat sich Irgendwo fertönisiert Bei denen Das verstehe ich auch nicht so ganz Warte mal Team 2 So Ja eben Wieso Hä, warum sehe ich denn hier Schwarz Ist ja seltsam Ah, deswegen So, wir sehen ja erstmal hier Na Verstehe ich trotzdem nicht Aber egal Aber was, der Atelier Der hat ja gar nicht gefeuert, oder? Der Pirot Ja, der ist letzter Der hat 36 Offensivpunkte Hervorragend Hier, fand ich Feindliche Oblitten Das Zeug Aber wäre ich hier, wie gesagt, hier weggewiesen Punkt A Der hier hätte echt Probleme gekriegt Also entweder Wenn ich hier weggewiesen wäre, dann hätten wir hier immer noch diese zwei Bogenschützen Wäre noch die Speerinfanterie Und wir hätten hier noch die Kavalerie Die Kavalerie wäre hier einfach durchgeholzt Wir hätten die Speerinfanterie Der hätte unsere Kavalerie hier ein bisschen Bedrängnis gebracht Plus noch die Bogenschützen Plus vielleicht noch ein Teil von der Kavalerie Dann den Speerinf... äh, Schwertinfanteristen Der hätte die hier platt gemacht Aber so richtig schön Der ist hier so schon platt Ja, aber der wird dann so richtig schön platt Und hätte dann im nächsten Schritt mit dem hier im Verbund Entweder die Flanke attackieren können Oder einfach weiterlaufen können bis zum Lager Und dadurch, dass ich hier auf dieser vorgeschobenen Position war A Die Bogenschützen haben sich so gut wie nur auf mich konzentriert Die Kavalerie von denen war am Arsch Die Infanterie von denen auch Einzige Bedrohung sind jetzt noch die Bogenschützen Aber dadurch, dass ich hier jetzt auch noch bin und die hier binde Und die so gut wie vernichtet habe Auch dank dem Kavaleristen Und da war ja noch irgendjemand Ich glaube durch Speerträger oder so Da war auf jeden Fall auch irgendjemand Irgendein anderer Infanterist war ja noch Der auch schon zerschlagen war, als ich überhaupt ankam Und dadurch konzentrierten sich die Bogenschützen vor allem auf uns Und halt auf die hier Bisschen vielleicht nur noch auf die, wenn die schlau gewesen wäre Aber da kommt hier ihre Kavalerie Der hat eigentlich relativ lange gebraucht Also dafür, dass er noch Pelltasten dabei hatte Hätte jetzt eigentlich nicht so schwer sein sollen gegen die Hoplitten Aber der hat wahrscheinlich genau so gekämpft, dass er im Wald war Ne, die Tibana waren auch im Wald Naja, okay Naja Aber das war Man merkt es relevant Wären die hier schlauer gewesen Dann wäre es jetzt nicht so entscheidend gewesen Weil die einfach die Schatzkavalerie erstmal Ich meine, die sind ja Lass mich mal zählen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Fernkampf meiner Heiden Den sie einfach nur hier umdrehen brauchen Und einmal auf den drauf ballern Und vielleicht noch aus dem Wald raus Weil im Wald kriegt man, wie gesagt Weniger Geschosse an Weniger Reichweite Weniger Bewegungsgeschwindigkeit Der kriegt im Wald Genau dasselbe Ja, okay Aber trotzdem Ja Naja, die hätten sich ein bisschen schlauer anstellen können Erstmal die Kavalerie hier wegholzen Weil die hätten sich einfach nur in einer Reihe aufstellen brauchen Schon dessen stehen sie halt geploppt, geploppt, geploppt Also richtig geploppt hier Auch nochmal richtig geploppt So ein bisschen geploppt Und so halber geploppt Der hier ist ja am Arsch Weil er sich gegen die Tibana weggeholzt hat Und der steht halt einfach allein auf weiter Flur Naja Der hier hätte eigentlich hier hinholzen müssen Ich weiß gar nicht, wohin geht er Halt jetzt die Raserei an Der geht durch Ja, das war ein Fehler Dass er hier hingegangen ist und nicht hier War so ein richtiger Fehler Weil hier konnten die halt weiterschießen Auch wenn die nur Scheiße gebaut haben Das war cool Ich weiß nicht, dass er auf den hier feuert Schaut auf den hier Der steht geploppt Und der ist die Scheiß-Kavalerie von uns Ah Mann Ich verstehe es einfach nicht Nicht aufregen Das ist nicht gut für einen Blutdruck Mann Ah Bäh Wie gesagt, da hat er einen Fehler gemacht Aber wie gesagt, einmal in der Reihe aufstellen Vielleicht noch im hohen Gras oder so Und dann einmal wegholzen Das hätte schon gereicht Dann hätten die vielleicht noch einen Anstuppen gehabt Die wären zwar unterbrochen worden, hoffentlich Aber trotzdem Dann hätten die den auch Da ist ja noch der hier gewesen Der hätte noch mitgehen können Dann hätten sie noch alle in Nahkampf gehen können oder so Oder zwei von denen gegen Nahkampf Der andere kümmert sich um die Scheiß-Bogenschützen hier hinten oder so Aber nein Und jetzt ist sie hier weg Und damit ist jetzt aber auch schon entschieden Weil euch das jetzt die vorgelagene Position einfach mal gecleart ist Fliehen hier die Bogenschützen Die Kavaleristen können die schön verfolgen Hier sind noch mal Bogenschützen, sonst nichts Und halt der Überfuhr, der Schlaue Kann die nacheinander schön wegholzen Der, ich weiß immer noch nicht was Der steht auch geblockt beim Wachtturm Und hat die überhaupt einen Katapult aufgebaut Ja, hat er Ich weiß noch nicht, wohin er schießt Ist vielleicht eben gerade gekommen Ist keine gute Idee, mit dem Katapult in einem Wachtturm zu stehen Egal Na, der Kavalierspieler hätte hier von hinten kommen müssen Ich meine, ich hätte noch mehr reisen können Wenn ich halt die dritte Einheit noch da gehabt hätte Hätte ich wahrscheinlich auch den Charge hier verhindern können Hoffentlich Aber naja Die Musik gerade erinnert mich so ein bisschen aus dem Thema aus Dragon Age Origins Äh, nicht Origins Sag ich Origins Inquisition Die eine Melodie folge Naja Gut, aber die Bogenschützen muss man fairerweise jetzt sagen Sie können auch so gut wie nichts machen Außer hier zurückgehen und die scheiß Kavalerie wegholzen Oder halt in Nahkampf gehen oder in Cap Was sie halt stattdessen machen Ist halt nochmal auf die restlichen paar Einheiten draufbolzen Und damit halt irgendwie auch nochmal die Hälfte von unseren Leuten wegschießen Ich meine ganz ehrlich Ich verstehe es immer noch nicht Warte, ich bleibe nochmal zu schön drin Aber so in Grundzügen Taktik verstanden Hier war wichtig Naja und so Flanke, Linke Das war auch wichtig Das ist halt der Leonidas Hat erstmal schön die ganzen Bogenschützen hier Draufballern lassen Der Artillerist von denen war unfähig Konnte die Kavalerie von uns da erstmal alles wegholzen Und dann zu uns ins Zentrum kommen Rechts war sowieso nicht so viel los Aber naja Gut, hätten wir das jetzt durchgesprochen Und mal ein bisschen selber beweihräuchert So ein ganz kleines bisschen Aber kann man machen Naja Man möge es mir nachsehen Aber wie gesagt Hauptpunkt Also ganz ehrlich Worum ich das jetzt vor allem gemacht habe Noch mal um das zu analysieren A, um mich zu verteidigen Ich bin kein Vollpfosten Auch würde ich mich meistens In den ersten 5 Minuten wegjolo Und wenn ich mich da wegjolo Dann bin ich immerhin Dritter Mindestens Naja Ich meine wenn es einen Sinn hat Kann man sich auch mal wegjolo Und so halt es halt nicht Solche Dinge sind wie Halt die AFK-Hoplitten Ohne wenigstens Infanterie ansturmen Oder Piler vorher zu setzen Gegen die scheiß Pikenfaller zu holzen Oder mit dem Elefanten Durch die Pikenlatsch Und hin und zurück Ha Solche Dinge Oder halt so schräg So Weißt du so dran vorbeischrammen Sodass die Spiegel richtig schön durchritten Durch die weiche Elefantenpopohaut Mann Ja Oder halt die Bogenschützen Die eiskalt Ich meine Du fragst dich irgendwann Ob die komplett farbenblind Oder farbenverwirrt sind Blau ist verbündet Rot ist fein Nicht andersrum Ich muss gerade reden Ich habe auch mal 700 Punkte Friendly Fire gehabt Aber es war auch Da muss ich zu meiner Verteidigung sagen Teilweise war es eine vertrackte Situation Dass halt gerade ein Charge kam Oder gerade eine Truppenbewegung da war Ungefähr zu zwei Dritteln der Zeit auch nicht Da habe ich auch so einen Blob reingefeuert Und habe nicht gemerkt Dass da teilweise noch so ein paar Auswüchse Von unseren Leuten da sind Oder habe ich einfach nur verschielt Kommt auch vor Oh naja Wenigstens wenn ich es merke Habe ich ja das geändert Sonst würde ich Würde mich auch nicht so aufregen Sag mal Wie habe ich gerade gedreht Ah so Wenn die Leute halt wenigstens merken würden Oh ich mache gerade Friendly Fire Nicht so gut Ich meine wenn es ein bisschen ist Dann okay Aber nur so als Leitsatz Wenn dein Verbündeter Hügel aufwärts kämpft Und der Feindhügel abwärts Und du stehst am Fuß des Hügels Als Fernkämpfer Und schießt auf den Feind Ohne konzentriertes Feuer Kannst du davon ausgehen Dass 90% der Schüsse Deinen eigenen Verbündeten treffen werden Und zwar richtig schön in den Rücken Dies ist schlecht Nur mal so Naja Aber das blicken irgendwie manche Leute auch nicht Generell wenn man merkt Oh ich mache Friendly Fire Man kriegt ja die Benachrichtigung Dann eigentlich immer weg erstmal Neue Position suchen Konzentriertes Feuer einsetzen Zur Not in Nahkampf Oder anderes Ziel generell suchen Aber halt nicht stupide Trauffeuern Weil man sich denkt Ach ich treffe bestimmt irgendwo mal auch noch einen Gegner Das klappt nämlich nie Weil natürlich man trifft immer den eigenen Und dadurch dass man hinter dem steht Trifft man sogar eher den eigenen als Gegner Weil die Bewegungsrichtung vom Gegner ist auf dich zu Und die Bogenschützen Schießen immer halt ein bisschen vor den Damit sie ihn halt treffen Sozusagen So ist glaube ich die Berechnung Was natürlich zur Folge hat Dass sie halt eher zu deinem Verbündeten hin Als zum Gegner hinschießen Meistens Wenn du halt nicht gerade jetzt Sagen wir mal eine Einheitenflagge vom Feind aussuchst Die halt hinter der Front ist Dann triffst du halt immer deine Verbündeten Meiste Zeit Und meistens Naja Es kommt darauf an Wie der Gegner steht Stehe jetzt halt in einer Linie Und deine auch Dann hast du ein Problem Dann musst du halt von hinten kommen Wenn die jetzt so leicht geploppt und verquer stehen Dann sollte man sie halt logischerweise Ich meine das kann man sich ja denken Deswegen regt es mich so auf Ich meine das ist ja nicht Dass ich jetzt irgendwie Universitätsniveau an Strategie wäre Irgendwie zwölfte Klasse oder sowas Also zwölftes Semester Es ist schlicht und ergreifend Blöde Logik Wo man echt Instinktiv sogar drauf kommen kann Das ist ja jetzt nicht so Dass man da großartig nachdenken Außer vielleicht jetzt bei der Geschichte Mit der Bewegungsrichtung Ja Aber so als Message mitnehmen Wenn ich mich so aufrege A hat es einen Grund B muss ich mich einfach mal aufregen Und C Einfach nur so als Tipp Als Fernkämpfer Sucht euch einfach ein anderes Ziel Und am besten Passt auf die Kavalerie auf Und als Nahkämpfer Verteidigt die Fernkämpfer Und stellt euch am besten so hin Dass die Fernkämpfer auch draufschießen können Oder dass ihr getroffen werdet Das ist der nächste Punkt Naja und so Jola-Aktion Dass man sich sozusagen selber opfert Es kann halt was bringen Also so ist es jetzt nicht Also wenn man jetzt wirklich effektiv Die Hälfte des Teams Irgendwie vor 5 Minuten bindet Dann Also Pfff Ich meine das mache ich irgendwie Gefühlt die ganze Nase lang Ich kämpfe ja irgendwie Die ganze Zeit gegen eine 3-4 Vermacher Übermacht teilweise Ich sterbe natürlich auch deswegen Das wäre klar Aber dafür ist halt A Eine Flanke oder irgendein Punkt Erstmal gesichert Ich mache total viele Punkte Und töte viele Feinde Und ich binde auch viele Feinde Und von daher Wäre da theoretisch eigentlich genug Platz und Mannstärke frei Um halt an anderen Flanken Das aufzurüllen Oder wahrscheinlich macht es halt der Gegner Genauso wie ich Und hält halt einfach nur kategorisch Irgendein Punkt Wie gut zu verteidigen ist Naja Ist so eine Sache Wo man auch sagen muss Also über 7000 Sonst was An Einheiten EP Und die kann ich dann im Verbund Mit dem hier Sowieso gleich auf die setzen Ich kriege ja zwar auch schon Ein paar schöne Boni Aber Oder plus 86 Nahkampfschaden Okay Wird vielleicht schon was bringen Könnte ich mir jetzt mal überlegen Ob wir das tun wollen Naja gut Ich habe jetzt schon 3000 Ich brauche jetzt noch die 5000 Das ist halt die Frage Bringt es was oder bringt es was nicht Mehr Beigenschäden Ja ich glaube sowas mache ich erst Irgendwie ab Tier 5 oder sowas Geht er wieder zurück So Oder ab Tier 6 Also erst ab Tier 5 oder Tier 6 Würde ich dann echt sowas machen Weil dann brauchst du das auch langsam Weil sonst kriegst du einfach nur ein Problem Ja sonst das dauert halt sowieso dann Hier Arschlange glaube ich Naja Bis du hier dann irgendwas Fertiggestellt hast Ich meine hier geht es ja enorm schnell Und dann wird es halt ja Dauert halt immer länger Warte man kann ja auch Wo steht es denn eigentlich Hier Ja 142 Kills Wir sind jetzt bei 59% Siege angekommen Sie kriegt die Krätze Aber hier wie gesagt schon mal 48% mit Tier 4 Und hier 7% damit 20% damit 23% damit Da erkennt man schon Exponentielles Wachstum Man braucht halt immer mehr Kämpfe Gut Faireweise Man kriegt auch weniger Belohnungen Wenn man verliert Jetzt habe ich eigentlich nur die ganze Zeit verloren Ich denke mich am Arsch Guck mal 55% Siege Da hatte ich mal 70 Mit allen hier hatte ich 70 bis 80 Gut mit dem hatte ich glaube ich nur 47 und nicht höher Aber trotzdem ey Es ist so ein Scheiß Das geht halt so gar nicht Weil es halt echt nervig Weil du verlierst im Endeffekt einfach nur Weil halt deine Verbündeten echt zu dumm Blödem Schießen oder Laufen sind Das nervt Ich meine es ist ja nicht mal so Dass sie dann irgendwo in einem Kampf gebunden sind Sondern entweder erledigen gerade nochmal Reste Und laufen dann weiter vor Oder sie sind sowieso schon frei und am rumlaufen Plus halt in die falsche Richtung Weißt du Ich meine man kriegt ja die ganze Benachrichtigung Das eigene Lager wird eingenommen Weißt du mal laufen die halt nicht zum Lager Sondern irgendwo anders hin Du bist gerade noch im Scheißkampf Denkst du dir jetzt gerade Also entweder kann ich jetzt hinlatschen Und hoffen dass ich rechtzeitig ankomme Und halt währenddessen noch verfolgt und niedergeschnetzelt Oder ich lasse zwei Einheiten da Um weiter zu kämpfen Und die werden da niedergeschnetzelt Das hat für die anderen Vorsprung Ist halt eine Scheißsituation Und wenn halt da die rumstehen von denen Am besten noch Oder halt irgendwo komplett woanders hinlaufen Zu irgendwo wo wir so schon zwei gegen einen kämpfen Dann Ja Nervt's So heute seid ihr jetzt lang genug Darüber aufregend Jetzt ist Schluss Ciao Danke fürs Zuschauen Und durchhalten vor allem Vor allem fürs Durchhalten diesmal Ciao ciao Danke fürs Zuschauen